Herzplätzchen für Dich Verliebt gewindelter Küchensex Wegen ihrer beruflich bedingten Fernbeziehung haben Ida und René einander lange nicht gespürt. Die Sehnsucht nach dem jeweils anderen ist riesengroß. So erhält bei ihrem Wiedersehen der erregende Küchensex in nassen Windeln ganz klar den Vorrang. Das ursprünglich geplante Backen der süßen Weihnachtsplätzchen muss warten. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest Du frei zum Lesen auf unserer Homepage